Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Hoss und Hopf der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Peterchen, es geht ab. Jetzt muss ich eine Bildungslücke schließen lassen. Wer sind wir? Wir sind die Hoss und Hopf der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Das habe ich gehört. Hoss und Hopf ist ein berüchtigter Podcast, der in letzter Zeit durch die Medien gegangen ist, sage ich mal. Okay. Hat da noch nie reingehört, aber denen wird sehr viel nachgesagt. So diesen Rechtsextremen und etablieren so Sachen. Und der eine ist wohl irgendein, wie soll man sagen, hier, Bitcoins und so. Wie heißen die? Kryptowährungstyp und keine Ahnung. Ja, ich habe mich da nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Ich dachte nur, ich bringe mal ein aktuelles Thema rein. Du dachtest, das passt, wenn du von Rechtsradikalen redest, trifft uns ja super. Ja, natürlich. Genau. Oh, der Alman, jetzt wird es wieder politisch, er wird direkt wie der Nazi. Man darf ja nichts mehr sagen, man ist hier direkt ein Nazi. Ja, anscheinend. Ja. Ja, ich habe nichts gesagt und schon werde ich mit zwei Nazis in einen Topf geworfen. Ja, das hat ja nichts zu heißen. Ich sage einfach immer irgendwelche Sachen. Das stimmt tatsächlich. Daraus besteht der Podcast hier, dass ich einfach irgendwelche Sachen sage. Ja, aber in der Regel sind es nette. Ja, wird auch mal Zeit, andere Seiten aufzuziehen. Mal nicht so nett zu sein. Jetzt weht mir ein ganz anderer Wind, wie der Stromberg jetzt sagen würde. Ja, so nämlich, meine Damen und Herren. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit, es ist ein guter Song von mir. Eigentlich wollte ich ein bisschen Werbung machen für mein Konzert am 7. März und dann ist mir aufgefallen. Das war es schon. Ja, sobald der Podcast rauskommt, ist das schon vorbei. Ja, hättest du letzte Woche machen müssen. Also es war super, auf jeden Fall. Also jeder, der nicht da war, kann sich jetzt mal im Arsch beißen, dass er es verpasst hat. Das Konzert des Jahres. Nee, es ist wirklich, da kam ich in letzter Zeit wenig dazu, Filme zu gucken oder auch andere Sachen zu machen. Das ist wirklich mega stressig, Vollzeitjob plus Film fressen ist ja schon stressig genug. Und dann auch noch Musik machen, Konzert vorbereiten. Und dann auch noch schlechte Musik machen? Ja, das auch noch. Das ist ja mega anstrengend. Scooter weiß das. Ja, weiß ich nicht, ob ich das noch mache. Aber ich war auch beim Konzert von Adam Angst. Das erzähle ich jetzt einfach. Ich habe mich sonst keinen Podcast, wo ich das erzählen kann. Okay. Und was daran ist jetzt so wichtig? Das war ein super geiles Konzert. Ich kenne da ja jemanden, der in der Band spielt und so. Und der hat uns eingeladen. Und dann waren wir da zu Gast. Wieso wusste ich nichts davon? Weil das überhaupt nicht deine Musik ist und du den auch nicht kennst. Also du hast gesagt, der hat uns eingeladen. Also wieso war ich nicht dabei? Meine Frau und mich. Ach so. Es gibt auch ein anderes uns, außer uns. Ah so. Ja, ja. Aber du bist völlig zu Recht empört gerade. Ja. Auch ein bisschen gekränkt und verletzt. Ich merke das schon. Ja, ich weine auch schon. Ich hole mir die Tempos. Ja, das machen auch viele unserer Filmfressenfamilien-Mitglieder. Die holen sich auch Tempos. Unseren Podcast hören. Manche sogar, weil sie weinen müssen. Naja. Ich wollte von Adam Angst erzählen. Ach so, ja, genau. Und da waren wir auf einem Konzert. Das war sehr, sehr cool. Die haben ein zehnjähriges Band-Jubiläum gehabt. Und das ist schon irgendwie, das war im E-Werk, ne? Ich habe mich schon tausend Bands im E-Werk gesehen. Und im Palladium und so. Das ist ja fast schon normal. Und Essigfabrik. Und in jedem Laden in Köln quasi. Ob groß oder klein. Aber wenn man jemanden kennt, der dann so einen Laden voll macht, man freut sich voll. Ich dachte, man wird neidisch, weil man es selber nicht schafft. Ja, gut. Ich lege es ja auch nicht drauf an. Aber so massenkompatibel ist meine Musik jetzt auch nicht. So wie du selbst auch nicht. Richtig. Bin ich auch stolz drauf. Nee, man freut sich total mit. Das ist total cool. Man ist ja so ein bisschen stolz. Und denkt sich so, ey Mann, also Respekt ist total cool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Schönen Grüße an Roma nochmal. Danke für die Einladung. Und das Krasse war, ich habe Leute getroffen, die habe ich 10, 12 Jahre nicht gesehen. Aus Bonn kamen sie alle. Aus Köln. Weil der ist auch so eine alte Connection von meinem Cousin. Und ich glaube, du musst das alles rausschneiden. Ich labere jetzt Zeug, was niemanden interessiert. Wahrscheinlich. Und ich meinte zu meiner Frau noch so, es wäre natürlich cool, wenn der Bela jetzt auf die Bühne kommen würde. Und dann kam er. Und ich wäre nicht das Orakel. Manu das Orakel Magno. Wenn das nicht natürlich auch passiert wäre. Ich wusste es nicht. Ich habe natürlich dann einen gemeinsamen Freund, der kontaktiert. Aber der war nicht da. Das war auf jeden Fall schön. Auch mal wieder ein paar Konzerte besuchen. Auch die Leute, die es nicht geschafft haben zu meinem Konzert. Geht mal zu anderen Konzerten. Das ist etwas, was ich wieder verfolge nach einiger Zeit. Nachdem ich wirklich nur Filme und Serien geguckt habe. Und Kino und hin und her. Und Videos schneiden. Und Podcasts aufnehmen. Und so weiter und so fort. Auch mal wieder ein bisschen das Leben mit Musik füllen. Das tat mir ganz gut. Mal wieder so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Kann ich nur empfehlen. Also ich hatte so ein bisschen Film-Burnout. Das ist der Grund, warum ich das erzähle eigentlich. Okay, und nebenbei hörst du dann noch rechtsextreme Podcasts an. Ja, ja. Und Musik und so. Ich mache ja auch Rechtsrock quasi. Aber kannst du deine Orakelfähigkeit dann nicht mal für was Vernünftiges einsetzen? Zum Beispiel, wer wird bester Film bei den Oscars? Das ist mir scheißegal. Obwohl, Poor Things würde ich es gönnen. Ist das nominiert? Ja, ist es nominiert. Ah, dem würde ich es gönnen. Ja, das ist ja nicht die Frage. Dem würde ich das auch gönnen. Ja, dann wird es Oppenheimer. Okay, gut. Jetzt alle Leute schön Geld auf Oppenheimer setzen. Moment, Moment. Wir ermutigen hier niemanden zu Glücksspiel. Nee? Moment. Da habe ich etwas falsch verstanden. Ja, ja. Das könnte uns Probleme bringen. Ja, aber man kann mit seinem Geld auch viel sinnvoller uns einstellen. Zum Beispiel Patreon aber bei uns abschließen. Oh, das ist eine gute Sache. Kann man auch verschenken bestimmt. Ja. Lohnt sich. Und zuletzt, ja, haben wir Pulp Fiction besprochen. Ja. Für den Mr. Pink. Mit allen möglichen Samples und so weiter. Und er hat sich auch noch einen ganz anderen interessanten Film gewünscht. Ich bin mal gespannt, wenn der gezogen wird. Ich glaube, da müssen wir auch ein Videoreview machen für alle. Das ist von einem großen Regisseur ein ziemlich guter Film, über den wir noch gar nicht so detailliert gesprochen haben. Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Lohnt sich. Aber Peter, was hast du denn gesehen so die vergangene Woche? Hast du es ins Kino geschafft? Tatsächlich. Unfassbar. Und zwar auch in ein sehr kleines Programmkino in Bonn. Oh, der Peter, der feine Herr hier, macht jetzt hier einen auf Kultur oder was? Ja, hat tatsächlich auch Geld gezahlt. Es ist eines der wenigen Kinos in Bonn, in denen ich Eintritt zahlen muss. Aber es war ein chinesischer Crime-Thriller mit doch schon deutlichen Drama-Anteilen. Only the River Flows, den sie auch nicht übersetzt haben. Ich glaube, die Übersetzung wäre auch ein bisschen ungalant im Deutschen. Wieso? Heißt du auf Chinesisch Only the River Flows? Also den internationalen Titel haben sie nicht im Deutschen übersetzt, okay? Ja, ich verstehe. Sie haben es auch vorher schon verstanden. Sie wollten mich nur provokatieren. Ich fragte für einen Freund und für die Leute, die hier manchmal Sachen nicht verstehen. Ich habe eine neue Trigger-Warnung gemacht. Hast du? Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, in einem Video, das dauert noch, bis das kommt. Es konnte mir noch nicht aufgefallen sein, weil ich es noch nicht gesehen habe. Egal. Also, wie ich ja schon gesagt habe, wir sind in China, in einer kleinen Stadt. In den 90er Jahren, ich glaube, es war Ende der 90er, wobei ich tatsächlich beim Look sogar eher gedacht hätte, das geht Richtung 70er, 80er Jahre. Also jetzt nicht Look, was Klamotten und so angeht. Da passt das auf jeden Fall Ende der 90er, weil alle so schön mit... Also so rumlaufen wie jetzt. Nee, mit dicken, schwarzen Lederjacken. Ja, das war so das vornehmliche, was mir tatsächlich gesagt hat. Ja, aber so richtig modemäßig sind wir gerade wieder in den 90ern. Okay, ich war ja modisch noch nie so richtig bewusst. Also meine Mode ist ja stark nie, beziehungsweise konstant so... Ja, braune Uniform, ne? Sehr klar. Ja, und schon wieder sind wir in der Ecke angeleitet. Ja, jetzt wird's verdreckt wieder politisch. Ja, ich habe gar nichts. Ich bleibe seelos. Ja, und wir verfolgen hier auf jeden Fall einen Kriminalpolizisten, der den einen oder anderen Mord aufzuklären hat. Das Ganze, wie der Titel halt schon sagt, spielt in der Nähe von einem Fluss, beziehungsweise an einem Flussufer. Ja, dort werden dann auch Beweisstücke gestellt. Und es gibt den einen oder anderen Verdächtigen, der natürlich dann in das Visier der Ermittler gerät. Die Spuren sind meiner Meinung nach jetzt nicht groß vielversprechend gewesen. Es gibt eine zurückgelassene Handtasche. Es gibt die eine oder andere Aussage eines Augenzeugen, unter anderem ein kleiner Junge. Aber es gibt, wie gesagt, ein paar mehr Verdächtige, besonders ein, ja, ich sag mal, geistig, nee, zurückgeblieben sagt man nicht mehr, eingeschränkter Mensch. Oder was? Ja, bitte, nein, sowas wäre gar nicht, ja. Nee, das ist schon ein Erwachsener, aber er ist geistig auf jeden Fall ... Och, jetzt ist aber mal gut. Alles wegpiepen. Ja, und so haben wir hier einen ganz klassischen Krimi-Thriller, weil wir letztlich diese Ermittlungsarbeiten quasi hier die ganze Zeit verfolgen. Und wir werden hier dann auch mit dem einen oder anderen menschlichen Abgrund konfrontiert, was den einen oder anderen Verdächtigen angeht, aber auch was unsere Hauptperson angeht. Weil er hat eine schwangere Frau. Das ist jetzt für mich auch kein großer Spoiler, wenn ich das erzähle, auch wenn das jetzt nicht großer Teil der Synopsis ist, aber ... Dass sie schwanger ist? Nee, dass diese Geburt zu einer bestimmten Prozentanzahl zu einem behinderten Kind führen kann. Zu einem körperlich oder geistig beeinträchtigten Kind führen kann. Und so ist das tatsächlich auch so eins der Themen, dass sich hier so ein bisschen wie so ein roter Faden durchzieht. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Film über behinderte Menschen ist, sondern ... Also es klingt ein bisschen so, als wenn das so das dominierte Thema wäre. Nein, aber es geht halt schon so in die Richtung, dass man sich mit geistiger Behinderung auch so ein bisschen auseinandersetzt. Aber das ist jetzt nicht so das treibende Element. Das treibende Element ist natürlich der Thrill, dass wir halt an seinen Fersen hängen, um halt herauszufinden, wer jetzt den einen beziehungsweise den anderen, weil es sind letztlich drei Morde, die hier begangen werden, halt begangen hat. Lass mich raten, der Mörder war es. Boah, scheiße, du bist echt das Orakel, oder? Ich habe so viele Freiragezeichen, drei Fragezeichen gehört und Tatort geguckt. Mir entgeht nichts mehr. Aber Derek hast du nicht geguckt. Doch, die Serie von Ricky Gervais? Ja doch, habe ich gesehen. Ah, stimmt, ja. Nee, die mit zwei R und I. Wie gesagt, letztlich ist es ein 0815-Thriller, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Er bedient halt die ganz klassischen Genre-Konventionen, auch ohne letztlich dann groß überraschend zu sein. Entscheidender ist tatsächlich die Machart. Ich wollte mich gerade fragen, warum sollte man denn ein Kino sehen, oder sollte man überhaupt ein Kino sehen? Und warum läuft er dann im Programmkino, wenn es eigentlich nur so ein gewöhnlicher Thriller ist? Weil es halt, wie gesagt, um menschliche Abgründe auch zum Teil geht. Also es ist dann letztlich auch eine interessante Charakterstudie, was den ermittelnden Polizisten angeht. Es ist ein interessanter Blick dann auch auf die kommunistischen Strukturen in China der 90er, wenn es um das Thema Serienmörder angeht, weil das ja auch beispielsweise in Russland und damit ja letztlich auch in den kommunistischen Ländern immer verdrängt wurde, beziehungsweise man ja immer gesagt hat, so im Kommunismus gibt es das nicht. Also ja, da passieren keine Mordfälle etc. Aber das ist mir schon wieder zu politisch, ist mir das, ne? Ja, aber es ist halt auch so ein bisschen politisch, weil ihm halt dann auch so Steine in den Weg gelegt werden, nachdem angeblich schon ein Verdächtiger überführt ist, ne, der Fall eigentlich abgeschlossen ist, hat er allerdings noch Zweifel und ermittelt halt weiter. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich gar nicht mehr so das, was den Film letztlich dann irgendwie guckbar macht oder was das Interessante an diesem Film ist. Es ist letztlich die Machart, wie gesagt, der fängt für mich jetzt nicht unbedingt die 90er Jahre geil ein. Es wird bildlich, hätte ich das früher eingeordnet, wenn sie es nicht explizit gesagt hätten, dass es 90er ist. Aber das ist seit The Holdovers, finde ich es halt krass, wie viel Wert man mittlerweile darauf legt. Also jetzt nicht erst seit Holdovers, aber seitdem ist es mir besonders positiv auch halt aufgefallen. Ja, weil der das aber auch herausragend gemacht hat. Ja, genau. Also angefangen von dem alten Universal-Logo über das komplette Look and Feel. Also du hast ja nichts mehr in Frage gestellt. Ja, und das finde ich halt cool, dass es mittlerweile der Fall ist, dass sich viele Filmemacher wirklich da intensive Gedanken machen und das halt auch auf verschiedenen Ebenen halt so rüberbringen können. Und ich finde, das hat er halt auch in gewissem Maße gemacht, auch wenn ich, wie gesagt, das eher so in den 80ern verortet hätte. Aber da liegt jetzt auch keine große Zeitspanne dazwischen. Hauptsache Charlton Heston hat keine Armbanduhr an, wenn er mit dem Streitwagen fährt. Nee, das passiert natürlich nicht. Ja, Arthouse ist dann letztlich auch, nicht nur, weil der so ein bisschen mehr Style over Substance ist, durch klassische Musik beispielsweise. Die Mondschein-Sonate von Beethoven wird hier häufiger gespielt, was ich auch recht passend fand. Da schlägt das Bonner Herz höher. Auf jeden Fall. Aber das klingt jetzt auch alles relativ positiv, was ich hier gesagt habe. Naja, also geht. Ja, es geht? Wieso? Der Anfang war ja so, ja, es ist halt ein normaler Thriller. Ja, gut. Klang jetzt nicht so außergewöhnlich. Okay. Oder ich kenne dich schon zu lange und zu gut. Wahrscheinlich. Also ich fand den halt, wie gesagt, vom Style her fand ich den cool. Die Substanz habe ich ein bisschen wenig verstanden. Also ich habe letztlich leichte Schwierigkeiten. Wir haben den im Original geschaut. Ah, kannst du chinesisch nicht so gut, ne? Ja, genau. Und die Untertitel auf Deutsch, die konnte ich halt nicht lesen, weil ich ja nicht lesen kann. Und deshalb hatte ich halt leichte Schwierigkeiten, das Ganze zu verstehen. Nein, ich hatte letztlich ein, zwei Schwierigkeiten eines gesamten Verständnisses, was hier letztlich erzählt wird. Was ich sehr schade fand, weil letztlich muss das ja einen Film bei jedem leisten können. Ich glaube, ihn durchdrungen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Da hätte ich gerne am Schluss das ein bisschen eindeutiger ausgedrückt haben. Okay, er hat aber nicht für nachhaltige Unterhaltung gesorgt. In gewisser Weise schon, weil wir halt versucht haben, herauszufinden, was hier letztlich am Schluss dann gesagt wurde. Interessant war halt auch eine Rückblende, die in einer Montage erzählt wurde. Die war großartig. Die hat aber so ein bisschen auch dazu beigetragen, dass ich leichte Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was er uns hier erzählen möchte. Aber zum Schluss kam dann halt auch noch ein Wink, wie man das Ganze interpretieren kann und vielleicht auch sollte. Und wenn wir es dann richtig verstanden haben, dann passt das. Aber, ja, weiß nicht, hätte ich mir irgendwie ein bisschen eindeutiger gewünscht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein Film ist, den man groß auf Leinwand sehen muss. Der hat coole Bilder. Der ist schön eingefangen. Ich denke mal, wer zu Hause... Also man sollte natürlich alles im Kino sehen. Aber letztlich, denke ich mal, ist das auch was, was man sich gerne mal zu Hause anschauen kann. Okay, dann haben wir noch einen aktuellen Kinofilm. Noch läuft er in den Lichtspielhäusern dieses Landes, vereinzelt zumindest. Und endlich haben wir es geschafft, ihn zu gucken. Ich hatte ihn schon lange auf der Agenda. Du nicht. Was mich komplett verwirrt hat. Du als alter Wrestling-Fan kennst ja wahrscheinlich die Geschichte der von Erich Brüder. Ein wenig nur. Ja, also ein anderer Kollege, der Marco, der ist ja ein Riesen-Wrestling-Fan. Und der kannte natürlich... Okay, ja, es geht natürlich um den Film The Iron Claw. Genau. Oder wenn man in Deutschland sagt The Iron Claw. Deutsche sagen immer gerne Iron anstatt Iron. Wir sagen auch mal Iron Man, wo das Iron Man ist. Aber egal. Richtig, egal. Hier könnt ihr wieder was lernen. Ist nicht egal. Ist so schön, dass man hier auch ein bisschen was lernen kann. Ja, dann sag doch nicht, dass egal ist. Ist es nicht egal. Hier könnt ihr ein bisschen Englisch lernen. Das ist doch mal schön. Ein bisschen. Er hat uns, glaube ich, auch mal letztens angedichtet, wir hatten einen pädagogischen Auftrag oder so. Was? Das war so spaßig gemeint. Fand ich lustig. Okay, die Geschichte der von Erich Brüder. Mir war das natürlich neu. Ich habe von Wrestling keine Ahnung. Aber der Marco hat mir das, wie gesagt, vorher schon mal so ein bisschen erzählt. Der ist nämlich auch ein absoluter Nerd. Und ich meine nicht nur Wrestling-Nerd. Der ist einfach ein Nerd. Der weiß halt einfach alles über alles. He knows everything. Der ist ein wandelndes Lexikon. Der hat so viel gespeichert in seinem Kopf über Filme und Serien und Schauspieler und Wrestling und Musik und Bands und keine Ahnung. Und der hat mir da so ein bisschen was erzählt. Es geht ja um diese Wrestling-Familie. Also der Fritz ist der Vater. Fritz von Eric. Gespielt von Holt McCallie. Den wir kennen aus unfassbar vielen Filmen. Fight Club. In Mindhunters hat er brilliert. In der Hauptrolle und so weiter. Kennt man auf jeden Fall. Das ist so das typische Gesicht. Kenne ich. Habe ich schon mal gesehen. Aber man weiß nicht, wie der heißt. So geht es vielen. Und der ist ein Wrestler. Der bringt mit dem Wrestling auch irgendwie seine Familie durch. Und arbeitet daran, irgendwie bekannt zu werden. Wird aber nur so semi-bekannt, sage ich mal. Und der hat halt dieses Feature The Iron Claw. Also die eiserne Klaue. Das ist so sein Special Move oder Finishing Move. Ist das korrekt? Finishing Move ist tatsächlich der korrekte. Finishing Move nennt man das. Oder Finisher auch genannt. Der Finisher. Genau, das kenne ich sogar. Da geht er dann mit seiner Hand so an den Kopf des Gegners und drückt den dann halt runter. Und ist dann halt so super stark. Und kann dann halt den Gegner runterdrücken. Und so weiter und so fort. Der hat mit seiner Frau vier Kinder. Eins stirbt schon sehr früh. Und die anderen drei treten in seine Fußstapfen. Sodass die halt teilweise auch so zusammenkämpfen und so weiter. Und der Vater, der drillt die halt die ganze Zeit. Er ist reiner Patriarch. Und der ist schon sehr streng. Und der hat sogar, also verheimlicht das nicht, der hat so ein eigenes Ranglistensystem. Und sagt seinen Söhnen auch immer, wer in der Rangliste gerade wo steht. Da muss man sich mal reinziehen. Also ähnlich wie bei euch quasi. Bei Zweien ist das schwierig. Ja gut, wir nehmen ja jetzt die Mädels noch dabei. Ihr seid ja zu viert insgesamt. Ich war immer die Nummer eins. Also alles gut. Das ist klar. Sonst wäre ich ja auch nicht mit dir befreundet. Also ich bin ja mit der Nummer zwei oder Nummer drei befreundet. Oder was? Das ist das Erste, was ich den Eltern gefragt habe. Wo steht denn der hier auf der internen Rangliste? Oh, das ist die Nummer eins. Ja, puh, Glück gehabt. Okay, die Söhne werden gespielt von Zac Efron. Der spielte Kevin. Zac Efron hat sich bekanntermaßen ja sehr aufgepumpt für die Rolle. Ich würde sogar sagen, vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, das sieht auch ziemlich eklig aus. Er sieht halt eher aus wie ein Bodybuilder und nicht wie ein Wrestler. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich sehr muskulöse Wrestler. Aber, also natürlich auch aufgestopft und sowas. Aber es hindert einen ja auch ein bisschen im Bewegungsapparat. Zu große Muskeln. Besonders auch früher war das ja eher nicht so der Fall. Also das ist ja tatsächlich erst so in den 90ern, 2000ern populärer geworden, dann halt auch so eine Bodybuilder-Figur zu haben. Ja, das stimmt. Wenn man ältere Aufnahmen sieht. Und ich bin jetzt kein Experte, aber ein bisschen was kenne ich halt auch. Habe ich auch mal gesehen. Und da ist ja schon so. Aber auch in den 90ern, Jack the Snake Roberts war jetzt auch keine Kante. Ja. Solche Leute. Es ging immer so ein bisschen darum, Hauptsache die Moves machen zu können, athletisch zu sein und so. Naja, der ist aber, wie gesagt, mehr Bodybuilder, würde ich sagen. Dann haben wir den Carrie. Der wird von Jeremy Allen White gespielt, den ich ja seit The Bear absolut abfeiere. Ich finde den so klasse. Und auch hier spielt er wieder den Sohn einer Familie. Und das liegt ihm einfach irgendwie. Einfach so der tragische Familiensohn, obwohl hier sind ja alle tragisch. Ja. Und wir haben den David gespielt von Harris Dickinson. Dick in Son. Krasser Name, ne? Der wurde bestimmt in der Schule gehänselt, oder nicht? Ja, von Leuten wie die auf jeden Fall. Absolut. Ich bin ein absoluter Bully. There are bullies and there are nerds. Das stimmt überhaupt nicht. Muss ich an der Stelle sagen, sonst glauben das Leute noch. Ich hätte das tatsächlich nicht so gelesen. Also mich muss man auf sowas aufmerksam machen. Das meinte ich damit. Okay, habe ich mir hiermit getan. Ja, vielen Dank. Der Film erzählt in einem Drama die Geschichte dieser Familie. Denn das, was da passiert ist, ist auch wirklich, also es ist ja wirklich unfassbar. Kaum zu glauben, wie sehr diese Familie von Pech verfolgt war. Ja, das ist ja auch wichtig. Kommen wir später zu. Weil, also ich sage mal so bei der Tragödie, dass der eine Sohn jung stirbt, bleibt es halt nicht. Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir sagen können. Es ist eine wahre Geschichte eigentlich. Es ist teilweise auch bekannt. Es kommen halt noch mehr der Söhne um. Das kann man vielleicht sagen. Also es ist auf jeden Fall ein sehr trauriger Film. Es ist ein trauriger Film, weil diese Geschichte der Familie sehr traurig ist. Ja. Es ist schon ein bisschen Misery Porn. Ja, Komma bis aufs Ende. Ja gut, das Ende 10 Minuten. Ja, ich weiß nicht, fangen wir direkt jetzt mit dem Ende an? Nee, ne? Nee, nee, nee. Bis dahin kann ich schon mal sagen, wie gesagt, ich kann jetzt zu den Wrestling-Szenen, die kannst du mal ein bisschen besser einordnen. Sah für mich in Ordnung aus. Ja. Bin ich jetzt kein Experte, kann ich nichts zu sagen. Ich fand die gut gefilmt, das kann ich sagen. Auch die Zeit kommt gut rüber. Wir befinden uns ja in den 70er Jahren, bis in die 80er, glaube ich, ne? Genau. Und schauspielerisch ist es halt großartig. Ja. Spielen sie alle top, aber das sind auch nur gute Schauspieler, ne? Auch in Nebenrollen, hier die Lily James spielt zum Beispiel auch die Freundin da von einem. Genau, vom Zack. Ja, genau, stimmt. Achso, Ric Flair. Hatten Auftritt. Also nicht der wirkliche Ric Flair, sondern jemanden, der den Ric Flair spielt. Kommen wir zu Ric Flair. Der wird von Aaron Dean Eisenberg gespielt. Ja. Hat das was zu bedeuten? Nein, das hat gar nichts zu bedeuten. Ich wollte ihn nur herausstellen, weil es ist eine Ehre, wenn man diesen exzentrischen All-Time-Favorite und für mich Besten Risser aller Zeiten mimen darf, weil dieser Typ, der hatte ein Charisma. Das ist Hulk Hogan hoch 10. Das ist der einzige Mann, bei dem Kleider tragen als männlich gefeiert wurde. Ich weiß nicht, ob du den früher groß... Also ich meine, in dem Film läuft der genauso rum, wie er früher rumgelaufen ist. Der hat diese verzierte Robe und der hat auch dieses geile... Federbohr und so was. Genau. Langes, goldenes Haar. Ich kenne das halt noch. Der hat noch gerasselt, als ich in den 90ern das geguckt habe. Ja, gut. Absolute Ehre, diesen Mann spielen zu dürfen. Aber auch absolut schwer. Weil es gibt einfach keinen wie Ric Flair. Und so sehr sich Aaron Dean Eisenberg auch bemüht, er kommt halt leider nicht ran. Aber nett ist es dennoch. Das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, weil ich kenne ja Ric Flair auch. Da ist jetzt nicht so schwer, Footage von zu finden. Und ich erinnere mich auch noch an ihn. Und da finde ich auch, er hat ihn nicht so ganz exakt gemimt. War schon gut. War okay. Aber es war jetzt nicht so umwerfend, dass man gesagt hat, oh mein Gott, der war ja voll nah dran. Es hat den Zweck erfüllt. Er spielt jetzt auch nicht eine große Rolle. Also erst eine Zeit lang ist er so der Wrestler, an dem sich die anderen halt hochziehen wollen. Genau. Denn es geht ja darum, diesen Triumph des Vaters irgendwie zu erringen. Also er hat es ja nicht geschafft, so berühmt zu werden. Und die Jungs wollen, wie gesagt, in die Fußstapfen treten. Und dann haben auch immer wieder mal einer die Chance dazu. Und das ist dann quasi so der Aufbau des Films. Dass es da auf so einen Höhepunkt hinausläuft, auf so einen Kampf, der so ein bisschen der dramaturgische Höhepunkt ist eigentlich. Ja. Obwohl später, danach noch ganz entscheidende Sachen passieren. Also im Familiendrama meine ich ja. Es sind ja einige Höhepunkte, aber auch viele Tiefpunkte. Eigentlich nur noch Tiefpunkte. Ja. Mehr oder weniger. Aber ja. Also letztlich verfolgen wir ja den Vater, den ich tatsächlich von allen am coolsten hier von Holt McCallany gespielt fand. Also den finde ich wirklich großartig, den Typen. Und wie er den Fritz von Eric hier mimt, ganz toll. Weil man da halt auch sieht, was der von seinen Söhnen abverlangt. Dass der eigentlich viel mehr Trainer ist als Vater. Und dass der den Söhnen halt auch gar nicht in Anführungsstrichen so geile Werte mitgibt. Sondern dass es dem eigentlich nur wichtiger ist, nach seiner Nase zu tanzen und vor allem mal erfolgreich zu werden. Weil das ist ja alles, was den antreibt. Ja. Vor allem, weil ein Sohn macht ja Musik. Ja. Und das findet er ja gar nicht cool. Ja, genau. Also der ist dann direkt im Ranking abgeschlossen. Der ist ja auf dem Abstiegsplatz. Genau. Wenn der was erzählt von wegen, ich habe hier einen Auftritt und so an der Uni. Dann sagt er direkt so, das interessiert dir keinen. Wir sprechen hier gerade über wichtige Sachen wie Wrestling. Ja, ist halt schade, weil nur weil ihm selbst dieser Erfolg halt nicht vergönnt war. Ja, will er halt das durch seine Söhne dann erleben. Genau. Und er peinigt sie ja tatsächlich auch. Ja. Und das ist ja auch so fast schon gegeneinander ausspielen. Aber das ist für mich dann auch das treibende Element. Diese Dynamik unter den vier Männern hier. Wo tatsächlich die Frauen erstmal nur so im Hintergrund sind. Aber wo man dann immer wieder merkt, so von wegen, wie wichtig sie dann noch sein könnten. Und vielleicht dann auch wirklich sein werden. Ja, natürlich. Das ist ja klar. Besonders wenn man dann jetzt hier die Freundin von Kevin, Zac Efron hier nimmt. Die hat ja dann wirklich dann auch eine ganz wichtige Bedeutung. Ja, was die Wrestling-Geschichte angeht, fand ich auch schön inszeniert. Ist adäquat choreografiert. Ich meine, letztlich sind das alles drei Leute, die vorher nie im Ring gestanden haben. Und dementsprechend ist das natürlich limitiert, was sie hier zu sehen kriegen. Aber so richtig krass athletisch war es früher ja auch gar nicht. Also dieses in den Lüften herumspringen und weiß ich nicht, Saltos und die ganze Scheiße. Das kam ja eher später dazu. Früher war es halt, da waren es halt stämmige Kerle, die halt ein Arsenal von ein paar Moves hatten. Und sich auf die Fresse gegeben haben. Genau. Und dann gab es halt die Show drumherum. Genau. Also jeder hat so ein Gimmick, jeder hat so ein Charakter und sowas. Woo! Und das fand ich adäquat auf die Lampe gebracht. Ja, da bin ich auch dabei. Aber die Stärke des Films ist halt das Drama. Genau. Der Konflikt unter den Brüdern. Ja, das Menschliche, wie Stromberg sagen würde. Genau. Ja, und das führt für mich, wie gesagt, letztlich dazu, dass ich den Film schwer gucken konnte. Übertrieben formuliert. Weil es ist halt so, dass man hier von Unheil, von Unfall zu was auch immer, halt immer weiter ins Negative schippert. Und das hat halt schon ein sehr bedrückendes Gucken hier irgendwie ausgelöst. Ja, wenn das eine fiktive Geschichte wäre, würde man sagen, das ist ja total unglaubwürdig. Ja, total. Das ist ja so unrealistisch. Das kann ja gar nicht alles einer Familie passieren. Und die sprechen ja auch von so einem Fluch, der diese Familie umgibt. Ja, hatte ich eine Zeit lang auch das Gefühl. Aber dann macht der Film etwas, was halt nur ein Film machen kann. Ich weiß nicht, gehen wir in den Spoiler-Bereich, dass wir über das Ende sprechen. Wenn du möchtest. Dann, für alle, die nicht gespoilert werden möchten, sag ich jetzt mal, Drama-Fans auf jeden Fall gucken. Ich finde den gelungen, gebe ich mal eine Empfehlung ab. Du auch? Ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und für Wrestling-Fans wahrscheinlich dann auch. Wahrscheinlich. Okay. Dann ab hier jetzt Spoiler. Wer das überspringen möchte, klickt einfach bei YouTube zumindest unten auf den nächsten Timecode. Und bei Spotify, da müsst ihr jetzt mal ein paar Minuten vorspulen. Keine Ahnung, weiß nicht, wie das da geht. Egal. Der Film macht etwas am Ende. Und zwar, das ist sehr, sehr kitschig. Eigentlich. Normalerweise würde ich sagen, das ist mega kitschig. Aber in dem Film fand ich es gut, weil eben nur das Medium Film das halt bringen kann. Und das ist halt dieses, dass die Brüder im Tod wieder aufeinandertreffen. Ach so, ja. Natürlich ist es absoluter Ultra-Kitsch, wie er da so über den Fluss schippert, der eine. Also mit seinem Bötchen fährt und dann trifft er dann auch noch, also es sind ja mehrere gestorben. Und da treffen die sich wieder. Aber das ist irgendwie so schön zu sehen, sodass diese Brüder wieder zusammenfinden. Natürlich, ich glaube da jetzt auch nicht wirklich dran, aber ist ja auch egal. Das ist einfach nur diese Familie so gepeinigt. Er hat so viel Leid erfahren, dass irgendwie der Film denen wenigstens mal so ein bisschen das geben kann. So nach dem Motto, ey, vielleicht geht es denen ja gut und die sind irgendwo glücklich zusammen. Das ist wenigstens so ein bisschen versöhnlich. Ein wenig. Genau, ja. Und dann noch diese Einblendung, dass, oder Kevin ist es, ne? Der überlebt. Genau. Ja, dass er ja dann, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er da jetzt zusammen mit seiner Familie und weiß ich nicht, wie vielen Söhnen und Enkeln auf so einer Ranch lebt und die irgendwie so 30, 40 Leute sind. Er hat jetzt wieder eine große Familie und die leben alle zusammen. Ja. Das fand ich dann wieder schön. Das hat mich dann doch wieder so ein bisschen entlastet. Hm. Weil davor ist mir auch der Begriff Misery Porn in den Sinn gekommen. Hm. Hat dich das nicht ein bisschen getröstet? Ja, weiß nicht. Also erstens, es ist ja wirklich am Ende, 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 Ende. Also es ist ja wirklich, sind die letzten zehn Minuten sowas in der Richtung? Also mehr war es, glaube ich, wirklich nicht. Und ich war halt schon in Anführungsstrichen am Boden, weil so viel Leid mit dem Wissen, dass das halt wirklich dieser Familie passiert ist, ist es halt wirklich schwer, so einen Film zu gucken überhaupt. Das ist schon hart, was hier alles passiert. Und dann natürlich auch noch Sachen wie, der hat ja dann diese Chance vertan, irgendwie dann den Titel zu holen. Ja, genau. Durch sein eigenes Ego. Ja, ja. Das kam mir auch noch dazu. Das war jetzt kein Pech, das war einfach dann nur, ja, hat auch noch Scheiße gebaut. Also das kommt auch noch dazu, ne? Ja, und das alles zusammen wird für mich dann nicht in so einer kurzen Sequenz dann irgendwie beiseite geräumt. Der Film endet natürlich schon auf einer positiven Note. Das wollte ich sagen, ja. Die wird für mich halt nur durch das Vorangegangene überschattet. Es lässt keine Menschen wieder auferstehen, das nicht, aber ich fand's schon versöhnlich. Ist halt ein Sechstel der Familie, ne? Ja, schon hart. Ja, kommen wir dann wieder zu etwas Entspannteren, zu was Auflockenderem, zu einem schönen, netten Unterhaltungsfilm der guten Laune. Mhm. Aus dem Jahr 2014. True Love Ways. Ein Film, dessen Cover ich kannte, weil da ist eine Frau blutverspielt mit so einer Axt drauf. Mhm. Und ich hab den immer verwechselt mit einem anderen Slasher. Ich dachte, das ist einfach so ein Slasher-Film. Ich hatte immer, wenn ich das gesehen hab, das Cover, hab ich gedacht, das ist so All the Boys Love Mandy Lane oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja, ja. Und hab dem nie jetzt großartig Beachtung geschenkt. Aber meine Frau hat den gekauft, beim André, als wir da an Weihnachten waren. Ach krass, so lange schon her. Ja, schon ein bisschen her. In einem Media Book, ne? Nettes Media Book, sieht schön aus, stand die ganze Zeit am Regal. Da hab ich gedacht, ey, was ist eigentlich mit dem da? Sollen wir den mal gucken? Und dann, auf einmal, hat sich mir etwas vollkommen Neues eröffnet. Ich überhaupt nicht wusste, was da abgeht in dem Film. Und der ist was komplett anderes als einfach nur ein Slasher. Ja. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film vom Schweizer Regisseur Mathieu Seiler, heißt der. Das, schon mal kleiner Spoiler, ist ein Regisseur, von dem ich seine anderen Filme auch mal sehen möchte. Ich will mal wissen, was der sonst noch so gemacht hat. Ich glaub, nicht viel. Ja, aber so ein paar Kurzfilme, die hören sich aber alle auch extrem interessant an. Wir sehen jetzt ja am Anfang so ein Pärchen, Severin und Thomas, glaub ich. Spielt von Anna Hausburg und Kai-Michael Müller. So, die beiden, ja, ne, so Beziehungsalltag. Und er fragt halt so, hey, was ist denn los? Und hin und her, sie ist halt sehr verschlossen. Es kriselt auf jeden Fall in dieser Beziehung. Und sie hat dann irgendwie keinen Bock mehr, macht Schluss, kuschelt dann mit so einem Riesenbär auf dem Bett. Und er denkt sich, ah, ich möchte die Severin aber irgendwie zurückgewinnen. Was kann ich machen? Trifft in der Kneipe auf einen sehr zwielichtigen Typ, sag ich mal, der vor allem einen coolen Plan hat. Da sagst du, ja, pass mal auf, mit ein paar Leuten kann ich die ja mal so ein bisschen stalken, kann ihr so ein bisschen Angst machen und du kannst sie dann retten und bist der Held. Das ist so ein blöder Plan irgendwie, ne? Weil die besten Beziehungen basieren genau auf sowas. Nicht. Was der aber nicht weiß, der Tom, ist, dass dieser andere Typ, ich sagte schon, der ist zwielichtig, dass der was anderes. Schilde führt und der die Severin einkassiert, der kidnappt die und wir müssen jetzt gucken, was ich sage, damit es nicht zu viel, zu wenig wird. Okay, gut. Der ist Teil eines Snuff-Film-Rings, die nämlich eben so junge Damen wegschnappen und dann halt Snuff-Videos drehen. Also wir sprechen von Rapey-Rape und Töten vorgelaufener Kamera. Das gefällt dir natürlich. Natürlich, ich habe mir direkt Dead Eyes bestellt und Dead Eyes 2. Das sind diese Filme, die in dem Film beworben werden. Achso, okay. Ja, wusste ich nicht mehr. Du hast den Film ja gesehen. Genau, ist aber auch schon zwölf Jahre her oder so. Ach, du hast den zwölf Jahre her? Nee, kann gar nicht sein, der ist zehn Jahre alt. Der ist zehn Jahre alt. Das wäre krass. Ja. Aber so acht Jahre auf jeden Fall, so in der Richtung. Okay, ist schon was länger her. Alles klar. Und sagen wir so, es wird dann zu einem Rape-and-Revenge-Thriller. Könnte man jetzt so stehen lassen. Lassen wir uns so stehen. Wenn da nicht die Inszenierung wäre. Und das ist das Besondere an dem Film. Also der ist schon auch ordentlich hart und brutal. Aber diese Schwarz-Weiß-Optik und vor allem die Kameraarbeit. Meine Fresse, ist das geil. Also, ja, es ist, also, ich war so überrascht, weil das wirklich... Sowas von einem Schweizer zu sehen. Nee, dass ich so einen Genre-Film... Also der Regisseur ist Schweizer, hat aber das, glaube ich, mit deutschem Geld gedreht. Das ist Berliner Produktionsfirma. Meine ich gelesen zu haben. Nee, das Besondere ist halt, dass so ein Genre-Film aus deutschen Landen, in Anführungsstrichen, so gut gefilmt ist. Also ich habe noch nie einen Rape-and-Revenge-Thriller gesehen, der so kompetent in Szene gesetzt ist. Also, von der Kameraarbeit, Bildaufbau, Kameraeinstellungen, Kamerafahrten. Schauspiel ist auch cool, kann man nichts sagen, ist alles in Ordnung. Sounddesign, Soundtrack, alles. Der ist wirklich absolut kompetent gefilmt, handwerklich top. Also das ist wirklich, wie soll ich sagen? Großartig. Programmkino, also so Arthouse-Style. Der ist optisch absolut auf Arthouse-Niveau und ist dann aber auch ein ziemlich harter Genre-Film mit einem abgefahrenen Ende. Also das Abgefahren klingt jetzt total übertrieben, aber es hat ein sehr, sehr cooles Ende, mit dem man auch nicht unbedingt rechnet. Also kann man drauf kommen? Ja, ich will gar nicht, ich darf ja nicht spoilern. Ja, aber das Ende ist ein Mehrwert. Also ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich das Ende auch sehr cool fand. Also mehrere Sachen. Einmal stellt sich dann heraus, wer hinter den ganzen Sachen steckt. Gut, da konnte man irgendwann drauf kommen, das war dann nicht mehr so überraschend. Aber das, was dann noch passiert in Paris, mehr sage ich nicht. Ich sage nicht, wer, wie, wo, wann. Ja, und der Film hat mich da wirklich nachdrücklich beeindruckt. Nachhaltig. Nachhaltig, sag ich doch. Nachhaltig beeindruckt, gefällt mir sehr gut. Wie hast du den so in Erinnerung? Auch eher positiv, aber ich kann mich halt nur noch an eine coole Bildsprache erinnern. Mich hat halt auch vor allem das Schwarz-Weiß, das Arthausige überzeugt. Aber ich kann dir bei bestem Willen nicht mehr sagen. Also ich würde halt von der Inhaltsergabe nichts mehr zusammenkriegen. Halt nur noch, dass mich das Ende überrascht hat und zufriedengestellt hat. Und dass ich letztlich auch überrascht war. Ja, wobei, ich habe den wirklich dann 15, 16 sowas in der Richtung gesehen. War jetzt nicht überrascht, dass ich den noch nicht gesehen habe. War jetzt eher überrascht, dass du den noch nicht kanntest. Aber doch eher positiv wahrgenommen, ohne da jetzt wirklich einen qualifizierten Kommentar zu abgeben zu können. Okay, besonders loben möchte ich Kamera und Schnitt. Also die Namen möchte ich nochmal sagen. Also Oliver Geisler hat die Kamera gemacht und Sarah Clara Weber in den Schnitt. Das ist wirklich großartig. Und der Film hat auch ein paar spannende Szenen zu bieten. Was auch nicht selbstverständlich ist. Es gibt viele Genrefilme dieser Art, die setzen einfach eher auf Schock, auf Torture-Porn, wie es Anfang 2000er, Mitte 2000er sehr angesagt war und immer hieß. Da ist wirklich so, wenn sie sich in diesem Haus, wir finden uns dann später in diesem sehr schönen Haus auch, muss man sagen. So ein schönes Anwesen. Und dann versteckt sie sich da mal unterm Bett, mal unterm Tisch und die Leute sind drumherum. Und wir haben auch dieses Motiv, dass ja dieses Filmteam, was diese Snuff-Filme einfängt. Wir haben den Toningenieur oder den Soundmann, wir haben den Kameramann, wir haben quasi den Regisseur und den Produzenten. Also wir haben nochmal so eine Film-im-Filmebene quasi, weil der Kameramann die ganze Zeit auch so durch seinen Sucher schaut und sie sucht und der Soundmann halt über, weil der noch so ein Mikrofon irgendwo versteckt hat, sie über den Sound halt suchen möchte. Und sie sich dann so nach und nach gegen die einzelnen, sag ich mal, Positionen der Filmbranche quasi zur Wehr setzt. Und das Ganze entlarvt uns auch immer wieder als die Voyeure, die wir sind, die sich sowas halt angucken. Wenn sie sich dann da so voll angeekelt, so eine DVD aus dem Schrank zieht, die dann so Snuff-Filme bewirbt, dann sind wir gleichzeitig auch gefragt so von wegen, okay, was fasziniert uns eigentlich daran, dass wir hier so fiktive Gewalt gucken. Und das macht der Film, aber ohne jetzt wirklich groß mit dem Zeigefinger zu wedeln, sondern auf so eine, ja, unaufgeregte, arthausige Art. So ich finde, das hat mir wirklich gut gefallen. Das war wirklich, ohne jetzt großartig die Moralkeule zu schwingen, einfach cool, wie gesagt spannend. Und auch wenn hier und da eine Wendung oder wenn man dann rausfällt, ach, der steckt auch noch hinter, der steckt auch hinter. Das bricht jetzt nicht alles mit Genre-Konventionen. Sag mal, wenn das irgendwelche Leute im Independent-Bereich am Wochenende irgendwo gedreht hätten und so, dann wäre das halt nur einer von vielen Filmen. Aber in der Qualität umgesetzt, komplett andere Sportart und hat einen absoluten Mehrwert. Booklet ist ja auch drin, ist ja ein Media Book. Booklet von Professor Doktor Markus Stiegelägger. Hast du bestimmt verschlungen. Ich habe mal reingelesen. Der Kollege hat ja mal gesagt, er findet das unsäglich und langweilig und dröge. Ich weiß nicht, die Wortwahl weiß ich nicht mehr. Ich paraphrasiere. Er hat es auf jeden Fall negativ bewertet, wenn Booklet-Schreiber das Booklet beginnen, indem sie die Handlung wiedergeben. Das hat er hier getan. Und zwar nicht das erste Mal. Er macht das auch. Ich habe das auch schon mal ein paar Kollegen erzählt. Und da gibt es Menschen, die den verteidigen und sagen, ja, aber er interpretiert ja da direkt und hin und her. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er das anders macht. Er hat eine andere Art zu schreiben, aber ich weiß nicht, ob er sich da großartig abhebt von anderen. Mit ich weiß ich nicht, würde ich sagen. Nein. Richtig. Ja, habe ich mal reingelesen. Inhaltlich ist das ja auch viel okay, was er da sagt und schreibt. Das ist alles in Ordnung. Schönes Media Book. Top Film. Ist sogar ein Poster dabei. Weiß ich jetzt auch nicht. Wer hängt sich im Poster von True Love Ways so ins Zimmer? Ich meine, irgendwie so bei uns ins Set wäre vielleicht noch cool. Ja. Oder in so ein YouTube-Zimmer, aber ich weiß nicht, wenn man irgendwie so ins Wohnzimmer so, ja, ich habe hier ein Bild von so einer blutverschmierten Frau mit einer Axt in der Hand. Von so einem Film, in dem es um solche Themen geht. Snuff-Film, macht man das? Ich weiß nicht. Wenn sie nackt wäre, würde ich es mal aufhören. Okay, dann wäre es ein Cover von Cannibal Cops wahrscheinlich. Ach, okay. Aber dann wäre es noch ein bisschen erweitert, oder? Vielleicht. Also ich möchte diesen Film auf jeden Fall Genre-Fans, also die auch mit diesem Subgenre was anfangen können, auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen. Für mich eine absolute Überraschung. Schön. Gehen wir wieder zurück nach China. Was hältst du davon? Ja, auf. China ist ja ein Land, das sehr viele Monster-Filme, aka Creature-Features, auf den Markt bringt. Und zwar in den vergangenen Jahren so viele wie, glaube ich, noch nie. Es kommen pro Jahr ungefähr 100 mit CGI-durchsetzten Monster-Filmen raus. Okay. Also es geht um Riesen-Kragen, es geht um Haie, es geht um, weiß ich nicht, Bären, Wellensittiche, Eichhörnchen, ich weiß es nicht, you name it. Nee, auf jeden Fall bekomme ich das mit, dass die wirklich sehr, sehr viele Filme produzieren, in denen es so Creature-Feature geht. Ich gar nicht. Ich habe jetzt aber einen mitgekriegt, der sich dem Thema Ratten widmet. Siehste? Sag ich doch. Ein Problem, glaube ich, vieler Großstädte, also auch jüngster Zeit. Ich habe hier schon einige Ratten in Köln kennengelernt, das kann ich dir sagen. Aber, ne, denken wir mal zurück an Corona, China. Ja. Fledermäuse fallen wieder ein. Ja, stimmt. Aber auch Ratten. Also, ne, Ratten gelten ja allgemein hin als Pestüberträger und es sind halt auch fiese Tiere. Also fies im Sinne von Schmutz, Dreck, ne. Also man assoziiert mit denen ja nicht besonders viel Positives, ne. Ja. Wäre man es täte, wäre man schon eher bei einer Maus, ne. Die hat schon eher so den süßen Touch. Boah, ist auch nicht so beliebt bei vielen Menschen, aber ja. Ja, ja, ich sag auch eher positive Rennen. Ja. Weißt du, wie das denn damals zur Pest gekommen ist, was das befördert hat? Wie meinst du, wie das, wer das, wie das befördert wurde? Also, die katholische Kirche hat irgendwann angefangen, sich gegen, also wegen Aberglaube und so einem Shit, ja. Ich meine, gut, das ist ja katholische Kirche, ne, Aberglaube nicht weit, sich gegen Katzen, in Anführungsstrichen, zur Wehr zu setzen, ja. Katzen galten irgendwie als böse, galten als vom Teufel besessen, Teufelsviecher, etc. Und haben angefangen, Katzen auszurotten im großen Stile. Daher kommt das auch mit Hexen und Satanisten und schwarzen Katzen und dieses ganzen Märchen, ne. Und die haben tatsächlich dann so viele Katzen getötet, dass die Ratten kaum noch natürliche Feinde hatten. Das ist ja blöd. Und die haben im großen Stile die Pest übertragen. Falls noch irgendeiner kommt und mir noch irgendwas Positives über die katholische Kirche erzählen möchte, ja. Nein, danke. Ja, und vor allem, wenn die Katzen getötet haben, dann kann man doch nichts, egal was man Positives erzählen könnte, das kann man doch nicht wieder gut machen. Ja, also ich habe so viele Argumente dagegen, aber gut. Wir wollen ja hier keinen bekehren und mich bekehrt bitte auch keiner. Du erzählst uns über Rats on a Train. Du bist ja längst bekehrt worden. Ja. Ist das der Nachfolger von Cats on the Train eigentlich? Ne, das ist der Nachfolger von Train to Busan. Okay, das ist schon der vierte Teil. Ja, so gesehen, aber die Zombies werden hier mit Ratten substituiert. Weil wir letztlich wirklich, also zumindest ist das so ungefähr die Hälfte des Films, verbringen wir hier mit Ratten, die auf einer Zugfahrt ihr Unwesen treiben. Und das hat halt direkt schon in der ersten Szene, wo man Leichen in einem Zug findet, sieht man direkt, um was für Ausmaß es geht. Weil wir erinnern uns an Train to Busan und die Zombie-Horden. Hier sind es halt krasse Ratten-Horden. Wie die da in diesem Zug unentdeckt bleiben, das bleibt mir ein Rätsel. Weil es letztlich Millionen sind, die ja scheinbar diesen Zug dann letztlich überfallen. Aber dahingeschissen. Das ganze Ding ist halt total unrealistisch. Aber es soll natürlich so ein bisschen auch die Angst vor diesen Viechern, aber auch so ein bisschen vor Epidemien etc. halt auch, ja weiß ich nicht, schüren vielleicht. Aber vor allem halt auch vielleicht so ein bisschen sichtbar machen. Wobei natürlich der Film jetzt keinen pädagogischen Anspruch hat. Letztlich ist das natürlich hier. Ich dachte, bei dem Titel Rats on a Train, da habe ich schon gedacht, da erwarte ich mir aber schon viel Substanz. Nein, was du dir erwarten kannst, ist natürlich so ein bisschen Creature-Feature-Action. Ratten, die hier in Horden, also wirklich tausende von Ratten, die hier Menschen überfallen und die halt auffressen. Davon siehst du jetzt nicht viel. Und letztlich ist das hier ein komplettes CGI-Unwetter. Ja, wie diese ganzen Filme auch hier. Ja, die Ratten sehen halt aus wie aus der Hölle. Aus der Playstation entlaufen. Ja, oder Commodore 64 entstanden. So schlimm. Ja, also das, ne ja, so schlimm nicht. Aber es fällt schon auf und es stört immer wieder. Was das Ganze so ein bisschen erträglich macht. Wenn die Playstation 1 zu lange stehen lassen, ist die Klappe aufgegangen und dann sind die alle raus. Genau. Pixel-Ratten. Ja, was das so ein bisschen erträglich macht, ist halt die Ausmaße. Er versucht dann letztlich natürlich auch so ein bisschen was zu erzählen. Beziehungen zwischen Militär und Bevölkerung. Weil eine wichtige Gruppe, die wir hier begleiten, ist ja so eine halbe Armee. Die müssen halt von A nach B und sind dann halt mit einem ganz normalen Volk zusammen in einem Zug. Und geraten dann halt aneinander, weil sie natürlich auch in gewisser Form die Obigkeit darstellen. Und dadurch, dass sie Waffen haben, natürlich auch die Macht haben. Und dann halt auch mal entscheiden können, ach hier, wir sperren das Abteil ab. Und opfern damit dann halt das untere Volk, Unteres, um halt selbst zu überleben. Und das ist natürlich das, worum es letztlich geht. Ist das der Snowpiercer-Zug? Ne, es ist tatsächlich eher der, wirklich komplett der Train to Busan. Ja, aber das mit der Klassengesellschaft. Das ist der Snowpiercer-Prinzip. Ja, aber ein bisschen hast du das ja auch in Train to Busan. Hier ist natürlich deutlicher, dadurch, dass du das Militär explizit drin hast. Aber ja, wenn du so möchtest, wenn dich das glücklich macht, dann können wir auch diesen Bezug herstellen. Ich frage nur für einen Freund. Du fragst, wie viele Freunde willst du eigentlich haben, solche Fragen stellen? Letztlich geht es natürlich um den Kampf ums Überleben. Wie der bewerkstellig wird. Was wir für Abenteuer dabei hier erzählt bekommen. Und eventuell gibt es Rettung. Und ich muss sagen, der Film hat letztlich ein ganz merkwürdiges Ende, wo ich mir denke so, okay, ihr feiert das Ganze jetzt hier als Erfolg. Würde ich jetzt aber gar nicht mal so einschätzen. Also es ist vielleicht so eine kleine Schlacht, die in einem großen Krieg gewonnen wurde. Der Krieg sollte aber haushoch verloren sein. Denn diese Viecher und die sind nun mal halt auch resistent. Weiß gar nicht mehr. Es waren die Kackelaken, die eine Atombombe überleben. Angeblich, ja. Aber die Dinger sind auf jeden Fall auch super resistent. Und wenn sie in der Zahl vorkämen und wenn sie dann noch so einen Blutdurst hätten, hätten wir ein riesiges Problem. Und das zeigt dieser Film natürlich. Aber der zeigt natürlich auch, dass man mit so einer Prämisse, aus so einer Prämisse auch nicht viel rausholen kann. Wenn dann das menschliche Leid irgendwie einen so ein bisschen kalt lässt. Weil das, was an menschlicher Geschichte hier erzählt wird, weil es letztlich dann so eine Vater-Tochter-Geschichte, so ein bisschen Familie kommt mit rein. Die lässt einen halt schon ein bisschen kalt. Wenn man so herzlos ist wie du, ja. Ja, aber auch, wenn man eigentlich nur Bock auf diese Creature-Feature-Scheiße-Action hat. Ja, sag ich ja, herzlos. Von daher muss ich sagen, war der schon ziemlich enttäuschend. Einziger Mehrwert war, weil sie das manchmal so ganz lustig irgendwie ausspielen. Es sind quasi Vampirraten. Aha. Und damit sage ich jetzt nicht mehr als nötig. Kann man mir als Spoiler auslegen. Aber es macht das irgendwie dann doch noch grotesker, als es eh schon ist. Und auf eine merkwürdige Art und Weise dann unterhaltsamer, als es eigentlich sein sollte. Ja, die haben da gar keinen Charme, ne? Nee. Also wie gesagt, die machen da halt vor nix und hauen solche Dinger halt, wie gesagt, mehrfach pro Monat, ne? Also es sind wirklich mehrere pro Monat, die die in diesem Stil raushauen. Den ist halt nichts heilig, ne? Ist ja schon wieder sympathisch. Genau. Im Vergleich zu Eilenklo, ein Ende. Eilenklo? Das eiserne Klo? Jetzt lass mich doch mal mein Gedankensender ausführen. Fand ich mal lustig. Weil da haben wir jetzt, wenn man jetzt die letzten 10 Minuten von Eilenklo wegnimmt, da hat man ja wirklich eine Kaskade von tragischen Ereignissen. Und hier haben wir das tatsächlich bis zum Ende komplett umgedreht. Und eine Kaskade von, obwohl, ne, es sind eigentlich auch negative Sachen, die hier geschehen, aber die werden dann halt als heroisch gefeiert, beziehungsweise wird halt auch sehr kitschig dargestellt. Gut, ne? Ist halt China oder asiatisch ist ja meistens, ne? Auch wenn wir nach Südkorea gehen, haben wir ja diesen Kitsch dann am Schluss und den haben wir ja auch zuhauf. Besonders auch geil natürlich dann in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht, inwieweit das dann adäquat übersetzt wurde, aber das waren dann schon ein paar sehr peinliche, ich sag jetzt mal Monologe, weil richtiger Dialog entsteht da gar nicht. Aber wenn es um das Abscheiden von der einen oder anderen Figur geht, wie das heroisch zelebriert wird, ne, also dieses Märtyrer-Todsterben, war dann auch wieder lustig, aber eigentlich eher peinlich, dass man da dann schon mit einem Augenzwinkern reagieren müsste, um das irgendwie noch breitwillig irgendwo positiv aufzunehmen. Also ich fand den schwach, aber hin und wieder amüsant, vor allem aber auch wegen Unfähigkeit und wegen viel nervigen Kitsch und passenden Klischees, die halt auch immer wieder bedient werden. Wundert mich, dass du von so einem Film überhaupt Sachen erwartest, oder? Naja, wieso? Also was Creature Feature angeht, okay, Ratten gibt es jetzt tatsächlich ja nicht so viele Vertreter, aber ansonsten selbst vielen scheiß Hai-Filmen kann ich noch was abgewinnen. Aber das sind auch Haie. Ja, aber da hast du halt ein, zwei, three-headed shark mal vier oder fünf, ne, aber hier hast du halt tausende von Ratten. Ne, das meine ich nicht, ich meine, Haie sind per se cool. Ich weiß, aber eine Ratte ist jetzt nicht geil, aber ich finde tausend Ratten kann man eigentlich cool was mitmachen, aber wiederholt sich ja tatsächlich letztlich nur, es regnet halt mehr oder weniger die Ratten nur und wir sehen halt auch nicht, wie die an den Menschen rumnagen. Hätte, glaube ich, mit ein bisschen mehr Geld und ein bisschen mehr kreativer Finesse zu einem netten Creature Feature werden können und so war es eigentlich nur ein überlanger, nerviger, kitschiger Quatsch. Dann lieber nochmal Wild Beasts, da kommen ja auch Ratten vor unter anderem. Ja? Ja, den haben wir mal an Halloween empfohlen, 2022. Wie hieß der noch? Weiß ich nicht, ist ein italienischer Film, da brechen so Tiere aus und drehen durch. Ach ja, stimmt! Ja, gut, aber da hast du ja natürlich auch in der Summe noch coole Tiere dazu. Ja, ist noch ein Top-Film einfach. Ja. Ach, der ist super. Es scheitert dann hier mal wieder auch an deinen Erwartungen bei Rats on the Train. Ich habe mir einen Film angeguckt oder wir haben uns einen Film angeguckt, mit wir meine ich nicht dich, der heißt Rana, The Legend of Shadow Lake. Und einen Film, der so heißt und so ein Cover hat. Ja, ihr könnt euch das, also auf Deutsch hat er den Zusatztitel Hüter des blutigen Schatzes. Und der ist, also ich habe gefunden 1980 oder 1981, ich glaube aus dem Jahr 1980. Und das ist ein Fernsehfilm, den hat meine Frau auf der Kölner Filmbörse für zwei Euro oder so gekauft. In der Uncut Edition, FSK 18. Und es ist halt ein Fernsehfilm, es ist ein Rip-Off von Creature from the Black Lagoon, ganz eindeutig. Also vom Monster her zumindest. Und da haben wir nichts erwartet. Wir lagen so samstags, nachmittags auf dem Sofa und haben gedacht, komm, wir ziehen uns jetzt hier irgendeinen ranzigen Schund rein. Und das haben wir dann auch getan. Mit Rana, The Legend of Shadow Lake. Ich rede auch nicht lange über den Film. Danke. Es geht darum, dass ein Typ mit seiner Freundin wieder auf die Insel fährt, auf der er als er Kind war, häufiger mal zugegen war. Und da ein Monster gesehen hat, das hat ihm irgendwie keiner geglaubt und hin und her. Und ich glaube, dann hat das Monster irgendwie aber den Vater getötet oder irgendwie was. Ich weiß nicht, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, ehrlich gesagt. Aber so ähnlich. Auf jeden Fall fährt er da mit seiner Freundin hin und begibt sich da ein bisschen auf die Suche nach einem Schatz. Und gleichzeitig, also das ist dann so der Vorwand, warum die überhaupt da wirklich hinfahren, ist dann der blutige Schatz in Anführungsstrichen. Und dann treffen sie natürlich auf dieses Monster, das ist halb Mensch, halb Frosch und sieht halt aus wie eine ganz billige Variante von Creature from the Black Lagoon. Da gibt es viel Blasengeblubber, also nicht Blasen in dem Sinne, sondern so Blubberblasen im Wasser, bis man dann ab und zu auch mal das Monster sieht vielleicht. Und dann packt das mal Leute, dann beißt das mal rein, dann fliegt vielleicht mal so ein angeknabberter Tor so irgendwo rum. Aber viel passiert da nicht. Das Ende ist dann eigentlich auch klar, also wie es dann zu Ende geht und was sie dann noch in der Höhle des Monsters entdecken. Kommt ein Sequel vielleicht? Weiß es nicht. Gab es aber nicht, oder? Bisher noch nicht. Also habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube nicht. Muss man drauf stehen. Also für Samstagnachmittag verkatert auf dem Sofa, ja lass mal durchlaufen, fünf Minuten die Augen schließen, mal wieder gucken. Ist okay, wenn man weiß, was es ist. Aber er ist natürlich schund. Die DVD, wie gesagt, hat ich glaube maximal zwei Euro gekostet. Das Bild ist grausig. Es ist 4 zu 3 und sieht aus wie wirklich von einer ganz schlechten VHS einfach rüberkopiert. Ja, grottiger Film. Aber wir haben auch nicht mehr erwartet und deswegen war es in Ordnung. Okay. Auf jeden Fall ist der Film Rana für alle, die jetzt richtig scharf auf den Streifen geworden sind, die sich den unbedingt angucken wollen. Ja, wir sprechen noch ein bisschen, sonst wird man hier langsam verrückt. Wir sprechen noch über ein paar Verrückte. Und zwar den Film The Crazies. Aufmerksame Filmfressen-Familien-Mitglieder wissen natürlich, Peter hat schon über The Crazies gesprochen. Aus dem Jahr 1973, also das Original von Regisseur George Andrew Romero. Ich habe den aber ewig nicht mehr gesehen und habe den jetzt am Wochenende, habe ich mit den reingezogen. Um festzustellen, ich habe den, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Was? Krass. Ja, ich kann mich auf jeden Fall wirklich nicht erinnern. Das Remake habe ich mehrfach gesehen. Naja, The Crazies. Und ich weiß, dass du nicht so angetan bist von dem Film. Was? Hast du gesagt. Wann? Als ich mir den gekauft habe, hast du gesagt, nee, das ist nicht cool. Nee, da ging es um den Preis. Die haben nicht über den Film gesprochen. Ach so, ja, war ein Zehner. Ja, ich habe mir das Mediabook von Capelight halt damals geholt für 20 Euro, glaube ich. Und da waren halt seine ersten zwei Filme. Nee, Quatsch, die ersten zwei. Da waren halt alle Filme zwischen, der war ja zwischen Night of the Living Dead und Dawn. Genau. Von 73. Das ist genau zwischen Night of the Living Dead 68 und Dawn of the Dead 78. Ja, aber da sind halt noch zwei weitere zwischen Season of the Witch und noch ein anderer, auf dessen Name ich gerade nicht komme. Irgendwas mit Vanilla, glaube ich. Genau, und die sind halt beide da auch zusätzlich noch drauf. Okay, schön und gut. Die Emory hat allerdings auch einige Extras zu bieten. Intro, in dem auch die Lynn Dings mitspielt. Wie heißt sie jetzt? Lynn Lowry? Lynn Lowry, genau. Und hat auch noch Interviews und weiß ich nicht was. Audiokommentar mit Lynn Lowry und so weiter und so fort. Okay, eigentlich wollte ich dich nämlich fragen, was du an dem so schlecht findest. Mir ist auf jeden Fall nur aufgefallen, dass der halt, gerade wenn man aus so einer weltweiten Pandemie in der abklingenden Phase ist, sich befindet, dass er da wieder sehr interessant ist, weil er ähnlich wie bei, also fünf Jahre später bei Dawn of the Dead hat er ja auch schon einige Sachen prophezeit. Und hier ist es ähnlich. Also nicht wirklich, aber es ist ja so, dass da bricht ein Virus aus. Das ist eigentlich als Kampfstoff gedacht und er bricht halt in einem kleinen Städtchen aus. Und dann kommt direkt das Militär ins Spiel. Die wollen alles unter Quarantäne setzen. Also machen sie auch, ne? Und also mit Waffengewalt bringen sie dann halt die Leute irgendwo unter und verriegeln irgendwie halt das Städtchen. Versuchen es zumindest. Und dann sind die Wissenschaftler, die auf Hochtouren an einem Gegengift arbeiten, also an einem Impfstoff könnte man sagen. Ja, auf jeden Fall die Leute, die davon befallen werden, von diesem Virus, die drehen halt durch. Die werden jetzt nicht Zombies, sie knabbern andere Leute nicht an, aber sie werden gewalttätig und bringen andere Menschen um. Also es ist sehr ähnlich. Ich finde, der ist so vom Aufbau, vom Stil und so ist der halt schon, nimmt der schon ein paar Sachen vorweg, die er in Dawn macht. Ja, wobei er tatsächlich für mich manchmal mehr so auch so einen dokumentarischen Touch hat, weil es letztlich keine große Geschichte, die er erzählt ist, sondern immer nur so kleine Episoden. Also die halt zueinander passen, aber zumindest aus meiner Erinnerung, da ist jetzt auch schon was her. Ja, er erzählt so eine kleine Geschichte von einem Major, glaube ich, der da hinkommt und da irgendwie das Militär macht. An sich reist, übernimmt das Kommando, so rum. Dann gibt es die Wissenschaftler, die sind auch so ein bisschen, das ist schon episodenhaft erzählt. Und dann gibt es diese Gruppe an Überlebenden, die sich halt da durchkämpfen wollen. Mit der von der Lynn Lowry gespielt, die so ein bisschen so hippiemäßig verrückt ist. Weshalb auch alle glauben, dass die halt eine von den Crazies ist. Aber die ist halt einfach nur so drauf. Also ein bisschen merkwürdig. Ja, spielen auch hier Richard Liberty spielt mit, der auch später in Day of the Dead mitgespielt hat. Bill Hintzman, der bei Night of the Living Dead mitgespielt hat und so weiter. Der ist ein bisschen komisch gefilmt manchmal. So sehr gedrungen. Also nicht gedrungen, sondern es ist so, es drängt sich alles so. Wenn das Militär diese Praxis übernimmt von dem Arzt, ist alles so eng. Die Kamera ist so nah dran. Und alle stehen sich irgendwie so im Weg. Das hat so einen ganz komischen Vibe, bringt das rüber. Aber richtig klaustrophobisch wird es dann in dieser Turnhalle, in der die ganzen Menschen dann eingepfercht werden. Und die halt alle durchdrehen, weil denen alle Crazies sind. Und das ist dann krass. Wird aber viel auch geballert. Es hat viel Blut zu sehen. Also mehr als ich gedacht hätte. Oder teilweise Erinnerungen hatte. Ich glaube, ich habe den wirklich nie ganz gesehen. Hat mir so von den Themen gut gefallen. Ja, ist halt, ja, Pacing-mäßig ist ein bisschen schwierig. Aber hat eben auch wieder dieses, ne, die Gruppe. Dann Militär gegen Wissenschaft und so weiter. Also Themen, die er später dann in Day of the Dead zum Beispiel vor allem aufgreift. Oder eben die Gruppe von Leuten. Am Ende ist es dann auch jemand, der mit dem Hubschrauber abgeholt wird. So wie bei Day of the Dead und so weiter. Also der fängt auch relativ offen an. Hört relativ offen auf. Auch wieder so ein Dawn of the Dead-Ding. Also der fügt sich eigentlich perfekt zwischen, also diese ganzen Off-the-Dead-Filme ein. Er könnte eigentlich ein Teil davon sein. Ja, nur das, würde man die Crazies einfach durch Zombies austauschen, dann wäre es eigentlich ein perfekter Zwischenteil. Wäre das so eine Episode zwischen den Off-the-Dead-Filmen. Hat auf jeden Fall viele Facetten von den anderen Motiven, von den anderen Filmen. Würde ich jetzt aber auch, wenn man ihn zu den Dead-Filmen dazu zählen würde, reinhypertätig, dann wäre es für mich schon einer der Schwächeren. Von den sechs, die er gemacht hat, wäre er auf Platz vier, würde ich sagen. Fünf. Land of the Dead ist noch drüber, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja gut, dann wäre er fünf. Aber schlecht ist er nicht. Also der hat mir schon ganz gut gefallen. Ist okay. Aber es ist manchmal so ein bisschen durchwachsen, was so die Geschichte, genau. Man vermisst so ein bisschen die Story. Also klar, die einen wollen da raus, die anderen suchen das Gegengift. Dann geht es viel um Politik. Also es sind einfach so diese Themen, die er da so ein bisschen verhandelt. Dafür braucht er halt lang, ne? Der geht über 100 Minuten. Ist er bei den anderen Filmen dann irgendwie fokussierter? Ja, das könnte man so sagen. Ja, bin ich dabei. Aber hat Spaß gemacht, den nochmal zu gucken. Was ist nochmal? Also ich habe gedacht, ich hätte den... Also es kamen mir auch Szenen bekannt vor, aber ich konnte mich nicht mehr an alles erinnern. Ist natürlich auch krass, wenn das Militär, die haben ja irgendwann all diese weißen Anzüge mit den Gasmasken an. Und so werden ja aus dem Militär, die ja sowieso schon durch die Uniform Individualismus halt kaschieren wollen, werden ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesichtslos. Ja. Was es auch nochmal ganz interessant macht, weil die Crazys sind dann quasi so die Individuellen und die Militärmacht ist dann wirklich so komplett, ja so Stormtrooper mäßig halt, ne? Ja. Ja, aber doch, doch ganz schön, ja. Wunderbar! Es wird Zeit fürs Patreon-Pick, ne? Genau. Der kommt diesmal vom guten Dennis. Der hat Geschmack bewiesen, denn er hat sich Taste of Fear... Sehr schöne Überleitung. Gefällt mir gut. Beziehungsweise ein toter Spielklavier gewünscht. Ja, also Taste of Fear ist eine Nachfolge von Taste of 3, ist klar. Ja, und hat damit Taste of 5 ein fulminantes Finale erleben dürfen. Richtig, die klassische Hammer-Trilogie. Genau, damit hast du schon das Studio erwähnt, denn das ist von den Hammer Studios. Wo siehst du das in Russland? Gab es auch ein Filmstudio, das ist Hammer und Sichel-Film. Ja gut, wieso lache ich eigentlich immer? Was mega witzig war. Also witzig würde ich noch verstehen, aber mega witzig war es nicht. Nee, es war weder witzig noch mega witzig, aber du tust mir halt gerne einen Gefallen. Ja, genau. Du möchtest, dass es mir gut geht und denkst dann so, ja komm, Höflichkeitslacher war das, Mitleidslacher fast schon. Wenn du schon keinen hast, der über deine Witze lachen, dann opfere ich mich jetzt hier einfach mal quasi. Ja, sehr schön, 1961. Korrekt. Du hast mir den Titel geschickt, hast du gesagt, so, dieses Los habe ich gezogen. Und du hast nur geschrieben Taste of Fear. Ich so, ach krass, kenne ich gar nicht. Cool, schaue ich mal. Hab mir den Film dann besorgt, 1961. Oh, Hammer-Film, so cool, ja, geil. Guck den so. Ich kenne diesen Film. Kenn ich doch. Die Handlung kommt mir so bekannt vor. Ach, das ist ein toter Spielklavier. Das ist ein Film, den hat meine Mutter mal geguckt, als sie jünger war. Und der hat ihr unfassbar viel Schrecken eingejagt. Die hat sich da sehr gegruselt. Das ist nämlich ein Film, der häufiger auch mal im Fernsehen lief. Und den hat die, glaube ich, mal irgendwann nachts im Fernsehen geguckt. Und ich zitiere, ich habe mir fast in die Hose geschissen. Deine Mutter hat das gesagt? Ja, meine Mutter ist aber auch sehr schreckhaft, muss man dazu sagen. Also, die könnte sich nicht ansatzweise das angucken im Fernsehen, was wir uns, oder könnte sich nicht ansatzweise die Filme angucken, die wir auch häufig so gucken, was den Horrorbereich angeht. Da ist sie komplett raus. Also, der Film war für sie erschreckend. Und ja, dann habe ich gemerkt, dass es dieser Film ist. Und den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Und habe mich gefreut, den jetzt nochmal geguckt zu haben. Ja, zu Recht. Was passiert denn da, Peter? Ja, zu viel dürfen wir hier natürlich nicht verraten. Es ist ein Psycho-Thriller aus britischen Landen. Das würde ich auch so sehen. Manchmal läuft der unter Horror. Und ich würde auch eher sagen, das ist ein Thriller. Gerade aus heutiger Sicht wird man das nicht als Horror bezeichnen. Nicht wirklich, ne? Ja, ich würde Psycho da vorpacken. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Vielen. Wir verfolgen hier eine gefesselte Frau. Denn diese Frau ist an einen Rollstuhl gefesselt. Das ist die gute Penny Appleby. Die wird von Susan Strasberg gespielt. Die ist an einen Rollstuhl gefesselt. Und kommt nach Jahren an das Anwesen ihres Vaters zurück. Das Problem ist, trifft ihren Vater nicht an. Und es wird halt behauptet von ihrer Stiefmutter, dass er gerade auf Dienstreise ist. Ja, und dann verbringt sie aber trotzdem ein paar Tage da. Und sie fragt immer wieder nach. Und kriegt halt immer nur so Erklärungen zu hören, die sie irgendwann auch nicht mehr glauben kann. Und sie wird so ein bisschen sass, würde man sagen. Die ist suspekt, also suspekt. Suspicious. Ja, ja, sie wittert, dass da irgendwas im Argen liegt. Und dass da irgendwas nicht stimmt. Denn irgendwann hört sie nämlich aus dem Klavierzimmer des Vaters, zu dem nur der Vater den Schlüssel hat, der Zugang hat. Das Klavier. Das Klavier. Und das ist dann der Spoiler-gebende Titel, Ein toter spielt Klavier. Ja. Den ich nicht so gut gewählt finde. Taste of Fear ist der wesentlich bessere Titel, wenn man das Ende kennt. Also der schließt sich auch wirklich einem erst am Ende. Definitiv. Das, was wir hier natürlich nicht spoilern. Aber ich kann schon mal sagen, dass es großartig ist. Naja, auf jeden Fall. Ja, sie hat den Verdacht, dass der Vater nicht mehr lebt. Das können wir, glaube ich, noch sagen. Ja. Weil sie ihn irgendwann, sie sieht ihn. Und zwar seine Leiche sieht sie. Aber sobald die dann, also sie schiebt dann Panik und so weiter und so fort. Und dann so ein Hausgehilfe, glaube ich. Der Bob, ne? Der ist der Hausgehilfe da irgendwie. Facility Manager oder was. Und der geht dann mit ihr dann wieder hin und sagt, guck mal, da ist ja nichts und so weiter. Und dann wird ein Arzt dazu gerufen. Das ist der Christopher Lee. Dr. Lee in dem Fall. Und der ihr dann auch nahelegt von wegen so, ja, vielleicht ist dann so der physische Zustand, dass sie halt im Rollstuhl sitzt, der macht vielleicht was mit ihrer Psyche. Und hin und her, es wird ihr nahegelegt, dass sie halt nicht mehr alle Murmeln beisammen hat. Dass so ein paar Tassen im Schrank fehlen. Wogegen sie sich eblich wehrt und uns damit auch, ja, Glauben macht, dass sie schon noch weiß, was abgeht und so weiter. Weil sie auch sagt so von wegen, nee, ist vielleicht eher andersrum. Dass nicht der physische Zustand meine Psyche bedrückt, sondern andersrum. Naja, es geht auf jeden Fall darum, rauszufinden, was ist denn da jetzt los? Bildet sie sich das ein? Bildet sie sich das nicht ein? Dann treibt hier irgendwer ein Spiel oder nicht. Und dann kommt der Film mit ein paar ziemlich unvorhergesehenen Wendungen um die Ecke. Ja, findest du? Nicht alle. Ja. Ich finde nämlich, eine Person war mir von vornherein suspekt. Ja, das stimmt. Ja, ist vielleicht natürlich auch durch den exorbitanten Seegenuss von solchen Filmen über Jahrzehnte gespult. Das würde ich auch tippen, wenn du den 1961 gesehen hättest. Ja, genau. Wärst du wahrscheinlich nicht darauf gekommen. Ja, genau. Aber sagen wir mal so, es gibt ja drei Wendungen am Ende. Ja. Drei oder vier? Ja, so in der Richtung auf jeden Fall. Es gibt mehrere. Dann sagen wir mal, zwei von drei funktionieren auf jeden Fall. Ja, das stimmt. 66 Prozent. 60,6. Das war schon mal gut. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde, der Film hat eine super Atmosphäre. Und ich finde vor allem, hier die Susan heißt sie, ne? Genau. Die finde ich super stark. Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Christopher Lee ist wirklich nur so eine Nebenrolle, ne? Der kommt manchmal rein und macht halt Christopher Lee Sachen. Ist natürlich halt, ja, standardmäßig gut. Ist natürlich beim Hammerfilm, ist er natürlich dabei. Und ja, war schön, den nochmal zu sehen, weil ich finde den echt ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man den noch nicht gesehen hat, klar, wie gesagt, Sehgewohnheiten heutzutage, auf einiges kommt man wahrscheinlich, auf anderes nicht. Ich finde das, ich glaube, dass der heute noch funktionieren würde. Oder Peter, hast du den schon mal gesehen? Äh, ne. Also, ich dachte ihn gesehen zu haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den nicht gesehen habe. Und wenn, dann ist es ewig kein Herr und Second Screening oder so. Was bei diesem Film aber auch ein Armutszeugnis oder ein Todesurteil sein sollte. Weil ich finde, dass der unter den Hammerfilmen tatsächlich hervorsticht. Insgesamt mag ich schon Hammer, die Hammer Studios, ne? Allein durch Christopher Lee und Peter Cushing und Konsorten. Aber die haben viel Schund herausgebracht. Liegt halt vor allem auch daran, dass sie ja auch relativ günstig viel gedreht haben. Besonders wenn dann so diese Dracula-Frankenstein-Iterationen und so. Da ist schon viel Quatsch bei. Aber ich finde gerade der hier, ohne den jetzt irgendwie mit einem anderen Hammerfilm vergleichen zu wollen. Das ist cinematografisch ein ziemlich cooles Ding. Der ist toll gefilmt. Der hat auch einige Unterwasseraufnahmen, die sehr cool aussehen. Der hat sehr schöne Albtraumsequenzen, sag ich jetzt mal. Besonders wenn sie sich dann in diesem Haus bewegt und das Klavier hört, ihren Vater sieht. Und ich sag jetzt mal grob Visionen hat, das ist von den Perspektiven der Kamera her schön eingefangen. Das ist musikalisch vom Soundtrack her cool untermalt. Und wenn wir dann halt auch noch so Größen wie Christopher Lee in so einer eigentlich ja eher Nebenrolle sehen. Super. Mir hat aber vor allem auch die Anne Todd, die hier die Mutter mehr oder weniger spielt, sehr gut gefallen. Genau. Jane Appleby. Szenerie fängt an in der Schweiz. Wir sehen, wie dort, da wird dann auch Deutsch gesprochen, wo Leichen geborgen werden. Das Anwesen und alles drumherum. Das ist einfach alles toll gewählt. Das ist ein großer Thriller. Der vor allem, auch wenn ich den einen, die eine Wendung irgendwie habe kommen sehen, weil man das dann auch häufig im Thrillern halt auf dieser Schiene gefahren hat. Ja. Weiß ich, ob davor viel, aber auf jeden Fall danach sehr häufig, fand ich halt die restlichen Wendungen, Twists oder was man dazu sagen möchte, sehr überraschend. Für die Spannung auch sehr dienlich. Und somit war das, ist das tatsächlich unter den Patreon-Pics der letzten Zeit so mit einer der coolsten gewesen. Ich finde den auch großartig. Ja. Er setzt sich natürlich ab von den anderen, weil das halt kein Monsterfilm ist. Also Hammerfilms haben ja viele Monsterfilme gemacht. Sondern dass das eben so ein clever konstruierter Thriller ist. Da zur Inszenierung auch nochmal, gibt es so eine Szene, da taucht jemand im Swimmingpool. Nee, es ist so ein angelegter See ist das, glaube ich. Es ist kein Swimmingpool. Es ist ein angelegter See. Und da ist dann so, dass der Sound aufhört. Also erstmal coole Unterwasseraufnahmen. Ja. Und dann ist auch der Sound wie Unterwasser, hört man ja nicht so viel, ist halt so gedämpft. Und das ist gut gemacht. Also das kenne ich so aus solchen Filmen auch nicht immer. Fand ich sehr cool. Also bei Creature from the Black Lagoon läuft ja dann zum Beispiel Musik drüber. Und hier halt nicht, es ist halt einfach nur gedämpft. Das war gut gewählt. Also das Handwerkliche ist ja top und so muss man halt einen Thriller, einen Krimi konstruieren. Ich finde den sehr stark. Und der hat ja gut hier und da einen Jumpscare, wenn man so möchte. Der jetzt vielleicht heutzutage keinen mehr vom Stuhl hauen würde. Aber wie gesagt, meine Mutter hat sich eingeschissen. Ja. Vor einiger Zeit. Ja, aber der wirkt heute noch. Also der ist heute immer noch wirklich spannend. Und hat halt auch irgendwo eine, ja so ein bisschen seriöse Stimmung. Besonders, wenn es um den Vater geht, weil wie gesagt, man sieht den ja auch. Und das kann schon den einen oder anderen, ja nicht direkt beängstigen, aber es hat so was Beängstigendes. Ja. Sehr schön. Ja, also würde ich nicht gleichsetzen. Ist nicht beängstigend, aber es hat was beängstigend. Genau. Ja. Das ist ein super Abschluss. Ja, also absolute Empfehlung. Auf jeden Fall, wer den noch nicht kennen sollte. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie bekannt der ist, weil ich kannte ihn durch meine Mutter allein den Titel schon. Ja. Und deswegen habe ich den halt auch als Jugendlicher mal geguckt. Also ich meine, dass er im Fernsehen lief, ich bin mir sehr sicher. Deswegen, es ist ein Top-Film. Vielen Dank an den Dennis the Menace, ne? Hat sich den gewünscht. Genau. Dass er den in den Lostopf geworfen hat. Und ja, hoffentlich geht das so weiter. Ich habe gar nicht mehr den Überblick, da sind ja mittlerweile, wir haben über 30 Patrons am Start. Da kommen immer wieder mal Wünsche rein. Gar keinen Überblick. Da sind ja einige Lose im Topf. Da geht so einiges. Da liegen auch noch ein paar feine Sachen drin. Und der eine oder andere Pick wird es ja wahrscheinlich auch zu einem offiziellen Video-Review schaffen. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Und bis dahin bedanke ich mich bei dir, Peter. Ich bedanke mich bei der Filmfressenfamilie und bei allen Normalsterblichen, die hier zuhören. Ganz dicke Grüße und Küsse natürlich an die Patreons. Und ich verabschiede mich einfach bis zum nächsten Video-Review oder zur nächsten Cinephile-Episode. Je nachdem, was ihr da so anschaltet. Jedem sein Fetisch. Bis dahin. Tschüss, bis zum Nächsten. Bis bald. Ja, wir haben auf jeden Fall auch noch ein bisschen was Creature-Feature-mäßiges in petto. Der Hai ist ja heute schon das ein oder andere Mal gefallen. Jetzt nicht direkt in Form einer Filmbesprechung, ne? Aber wir waren ja bei Creature-Features und Hai sind ja so geil, dass sie sogar gegen 1000 Ratten gewinnen würden. Aber wir haben ein Tier-Ranking zu Hai-Filmen am Start. Und das würden wir euch gerne am Sonntag präsentieren. Ja, und nächste Woche warten auf jeden Fall auch wieder ein paar sehr nette, feine, aktuelle Kinosichtungen auf euch. Feine Sachen aus dem Home-Entertainment-Bereich und vielleicht auch aus dem Streaming. Des Weiteren solltet ihr natürlich überall eure Daumen reinstecken. Am besten einen Daumen hoch für uns. Ein Herzchen geben, ein Patreon-Abo abschließen und uns mit Liebe überhäufen, wie ihr das letzten Podcast gemacht habt. In diesem Sinne hoffe ich einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle. Bis zur nächsten Woche.